Hallo Sportlerinnen und Sportler, hallo Freunde des TSV Westerhausen und alle Partypeople da draußen. Wir vom TSV Westerhausen laden euch recht herzlich ein, am Samstag, den 26.06. ab 20 Uhr bei uns bei der Blau-Weißen Nacht 2021 live dabei zu sein. Trefft euch mit euren Freunden und schaltet euch live zu unserer Blau-Weißen Nacht digital ein. Mithilfe von dem TSV Digital Team könnt ihr online mit so vielen Leuten wie möglich Corona-konform eure Party feiern. Wir freuen uns darauf, euch dabei zu unterstützen. Ja, wir feiern wieder Blau-Weiße Nacht und auch diesmal haben wir uns wieder ein tolles Gewinnspiel für euch überlegt. Der TSV hat Geburtstag und darum wollen wir auf den TSV anstoßen. Schickt uns eure Fotos und kurze kleinen Videos am 26.06. an die Telefonnummer 05422 928 839 und ihr nehmt damit automatisch an der Verlosung teil. Unter allen Einsendungen, die uns bis 22 Uhr erreichen, verlosen wir eins von drei tollen Partypaketen. Also, mitmachen lohnt sich. Prost! Übrigens, perfekt anstoßen könnt ihr mit den Cocktails vom Cocktailtaxi Melle. Von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr am Samstag stehen sie am Sportzentrum und ihr könnt euch eure leckeren Cocktails direkt dann abholen. Leider schaffen sie es nicht überall hinzufahren, aber das ist ideal, damit alle auch zum Genuss kommen und ich freue mich drauf. Was ist eine blau-weiße Nacht ohne leckeres Essen? Ihr könnt beim Event-Kettering Mirage bestellen. Alex Klein hat sich eine tolle Karte ausgedacht. Hintergrund übrigens ist, normalerweise wären wir, wenn nicht Corona gewesen wäre, mit dem Mann daran in Bayern gewesen. Also, was bleibt nicht anders übrig? Eine blau-weiße Nacht kriegt eine blau-weiße Karte. Leckeres bayerisches Essen aus Westerhausen. Bestellt's euch. Ich freue mich auf den Krustenbraten. Wir haben nicht nur Ehrungen von unseren Jubiläen und unseren Sportlerinnen und Sportlern, sondern auch ein waschechtes Duell der Bürgermeisterkandidaten von Melle. Also, schaltet ein live auf Twitch. TSV-Digital. Ab 20 Uhr live. Mehr Infos, sowie die Cocktailkarte, die Speisekarte, den Link für den Livestream und die Telefonnummer für das Gewinnspiel findet ihr auf www.tsv-westerhausen.de. Klickt euch rein!